Hallo, ich bin Tom. Hafermilch hat weniger Kalorien und weniger Fett und weniger Kohlenhydrate als Kuhmilch. Ist sie deshalb auch gesünder? Hafermilch ist der Spitzenreiter unter den Alternativen zur Kuhmilch. Sie lässt Sojamilch und Mandelmilch hinter sich. Gleichzeitig sinkt der Kuhmilchverbrauch pro Einwohner in Deutschland kontinuierlich, wenn auch langsam. Auf den ersten Blick ist Hafermilch super. Sie hat weniger Kalorien, weniger Fett und weniger Kohlenhydrate, aber auch weniger Eiweiß. Hafermilch enthält viele Vitamine, Ballaststoffe, Mineralien, Antioxidantien und hilft somit dem Darm und kann sogar Diäten unterstützen. Auch das enthaltene Zink ist gesund für die Haut. Biochemikerin Jessie in Schopse ist allerdings der provokanten Meinung, Hafermilch ist nicht gut für den Körper. Das sagt sie in einem Artikel der Welt. Sie führt weiter aus, dass Hafermilch bei vielen Menschen Glukosespitzen verursacht. Das liege daran, dass Haferflocken viel Glukose enthalten. Sie sagt, dieses Auf und Ab ist mit vielen Symptomen und Krankheiten verbunden. Von Akne über Falten und Diabetes bis hin zu Heißhungerattacken und Unfruchtbarkeit. Was heißt das jetzt? Doch lieber Kuhmilch oder eine andere Alternative? Laut der Biochemikerin ja. Sie empfiehlt auf Instagram die Verwendung von ungesüßter Mandel und Sojamilch. Ökotest sagt zu Hafermilch folgendes. Hafermilch enthält sättigende Ballaststoffe, die sich positiv auf den Kodesterinspiegel und die Verdauung auswirken können. In dem verarbeiteten Industrieprodukt sind allerdings nicht mehr allzu viele Nährstoffe enthalten. Ökotest schreibt weiter, dass die Ökobilanz von Hafermilch gut ist. Dass sie sich zum Kochen und Backen gut eignet und auch für den Kaffee gut geeignet ist und sich sogar gut aufschäumen lässt. Alle hier angesprochenen Artikel habe ich übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Ökotest schreibt auch, dass es zu empfehlen ist, Hafermilch selbst herzustellen. Das ist auch sehr einfach. Du brauchst nur Wasser und Haferflocken. Du weihst die Flocken ein paar Stunden im Wasser ein, pürierst die Masse dann und siebst sie mit einem Haushaltssieb ab. Fertig ist die Hafermilch. Ohne dass sie den industriellen Herstellungsprozess durchlaufen muss, der viele Vitamine und Vorteile zunichte macht. Es lässt sich generell nicht sagen, ob man Hafermilch nun trinken sollte oder nicht. Die meisten Quellen empfehlen sie als Alternative zur Kuhmilch. Bei Kindern und Jugendlichen sollte man aber darauf achten, dass sie genügend Kalzium zu sich nehmen, wenn sie keine Kuhmilch mehr konsumieren. Die Glukosespitzen sollte man nicht verachten. Allerdings dürfte es kaum ins Gewicht fallen, wenn man die Kuhmilch hauptsächlich im Kaffee verwendet und dafür ersetzen möchte. Allerdings muss das jeder für sich entscheiden und gegebenenfalls mit dem Hausarzt drüber sprechen. Wenn man gerade eine Diät macht oder zu Heißhungerattacken neigt oder Diabetes und andere Blutzuckerkrankheiten hat, sind Glukosespitzen natürlich noch mehr von Nachteil. Und man sollte sich überlegen, auf ungesüßte Sojamilch oder Mandelmilch auszuweichen. Ich finde ja, dass auch der Geschmack mitentscheidend ist, da Hafermilch schon deutlich nach Getreide schmeckt. Aber es gibt auch viele Leute, die das mögen. Generell ist selbstgemachte Hafermilch deutlich gesünder als industriell produzierte. Die Sache mit den Glukosespitzen ist, soweit ich das beurteilen kann, noch die Meinung einer einzelnen Expertin. Viele andere Stimmen sprechen sehr wohlwollend von Hafermilch. Ich denke, man kann sie bedenkenlos als Alternative in Betracht ziehen. Sollte aber die Entwicklung im Auge behalten und sich stets informieren, ob es neue Erkenntnisse gibt. Natürlich weiß dein Hausarzt sicherlich auch Rat. So, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ciao, ciao!